Die Gefahr der Versuchung. Wir lesen folgendes, 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von diesem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil doch dieser Baum oder diese Frucht klug macht. Das war ja die Verführung der Schlange, des Teufels, so sagt es die Bibel, der mit geschickten Worten Zweifel gesät hat, sollte Gott gesagt haben. Nun könnte man ja sagen, ja gut, er hat da Argumente vorgebracht, muss man ja nicht gleich dann von essen, muss man ja nicht gleich alles über Bord werfen, man hätte doch auch mal abwarten können. Aber hier entsteht ein ganz entscheidender, wichtiger Fehler und alle Menschen sind, so denke ich und so sagt es uns auch die Bibel, immer wieder genau an diesen Punkten herausgefordert und sie fallen. Nämlich, dass wir uns beschäftigen mit Dingen und Dinge in uns hineinlassen, Bibel nennt es Versuchung und dann lassen wir unseren Blick nicht davon. Wir gehen in unserer Aufmerksamkeit nicht auf das, was Gott sagt und was seine Gedanken sind, sondern wir lassen uns ablenken und sie nun in diesen Gedanken beobachtet, betrachtet diese Frucht. Und Mensch, das sieht ja gut aus und wie das wohl schmeckt und das sieht ja so frisch aus und es macht noch klug und man sammelt Argumente, warum es bestimmt nicht so schlimm ist und ich koste ja auch nur ein kleines Stück und es ist ja nicht schlimm und es sieht ja auch niemand und so weiter. Aber am Ende ist das Drama groß. Die Bibel sagt uns, Sünde kostet etwas, sie hat einen Preis und dieser Preis ist der Tod, so sagt es die Schrift, nämlich immer Zerstörung. Das ist ja sehr schnell erklärt. Lüge zerstört Beziehung. Warum? Weil wenn Lüge sich offenbart, dann zerstört sie Vertrauen. Lüge schafft aber auch letztendlich die nächste Lüge, weil um Lüge zu behalten, muss man dann am Ende noch mehr lügen und belastet das eigene Gewissen. Wenn ich stehle, dann zerstöre ich auch etwas, vielleicht die Existenz eines anderen. Ich töte aber auch Vertrauen und so weiter und bis hin zu furchtbaren Dingen, wenn andere anderen das Leben nehmen, Krieg und so weiter. Die Liste ist ja lang. Aber die Bibel zeigt uns, wo beginnt das denn? Es ist ja nicht so, dass man aufwacht und sagt, heute mache ich mal was Böses. Nein, die meisten Menschen versuchen doch irgendwie anständig zu sein und doch fallen wir. Die Bibel zeigt uns, das kommt aufgrund der Versuchung. Und wer kann uns dann erlösen? Wer kann uns retten? Sollen wir uns irgendwie disziplinieren? Ja, nun, wir scheitern ja doch hier und da und mehr und weniger. Aber Rettung ist da. Die Bibel zeigt uns, in Jesus Christus ist der gekommen, der sündlos gelebt hat und der sein Leben gegeben hat als Lösegeld für all jene, die das annehmen, die nämlich feststellen, ich schaffe es nicht, der Versuchung zu widerstehen. Ich scheitere, auch wenn ich mir Mühe gebe. Ich brauche Hilfe. Und genau da hinein und genau für diejenigen ist Jesus Christus gekommen, nicht nur um zu vergeben, sondern auch um zu verändern. Etwas Neues zu schaffen, dass wir eben nicht mehr nur irgendwie leben und unser Bestes geben, sondern dass wir entdecken können, das, was eigentlich mir Versuchung ist, fängt an in mir in einer wunderbaren Art und Weise zu wachsen, dass ich auch Nein sagen kann. Weil ich nicht mehr versklavt bin da drin, sondern weil ich freigesprochen bin in Jesus Christus. Und genau das ist ja diese wunderbare Botschaft, die schon damals ganz am Anfang gesprochen wird, als Gott nämlich dein Gericht spricht, auch über Eva und über diese Situation. Da gibt er schon die Verheißung, dein Nachkomme. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Ich wünsche uns, dass wir da, wo wir herausgefordert sind und in Versuchung, dass wir widerstehen in der Kraft Jesu, dass wir aber auch da, wo wir gefallen sind, seine Gnade und Vergebung annehmen können, damit sein Licht und seine Freude und seine Freiheit in unserem Leben Raum gewinnt. Gott segne euch von Herzen und wir sehen uns gerne wieder.